Hallo, grüße Sie. Schön, Sie zu sehen. Hallo, Stockmar. Alles gut? Kommen Sie? Bis auf das Wort nicht so gut ist. Michael und Renate Stockmar haben heute etwas Besonderes vor. Sie wollen das Papiertheater in Kitzingen besuchen. Die 82 und 86 Jahre alten Eheleute sind nicht mehr so mobil. Umso dankbarer sind sie für den Fahrdienst des Senioren-Erlebnisprogramms eine schöne Zeit. Mit zwei städtischen Bussen werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer abgeholt. Maria Düchting engagiert sich seit 2016 ehrenamtlich bei der Veranstaltungsreihe für ältere Menschen. Freude macht mir, dass die Menschen so dankbar sind. Also wenn ich mir die anrufe und sie einlade, da höre ich manchmal eine Viertelstunde lang Lebensgeschichte oder was halt gerade läuft. Und viele sind halt allein zu Hause und können nicht mehr so raus. Weil sie zum Beispiel mit Rollator sich nicht im Bus getrauen, weil der immer plötzlich anfährt und sie dann Angst haben umzufallen. Oder einfach wieder mal mit jemandem zu sprechen. Das ist für die Leute auch wichtig. Und dann, wenn sie schöne Eindrücke mitnehmen können. Das ist einfach so ein, ja, wo ich das Gefühl habe, ich mache irgendwas, was den Menschen auch gut tut und Freude bringt. Zusammen verbringen die Seniorinnen und Senioren heute eine schöne Zeit im Papiertheater in Kitzingen. Die Aktionen sind ehrenamtlich organisiert, von ebenfalls älteren Menschen im Ruhestand. Das Angebot des Generationenzentrums Matthias Ehrenfried und der Stadt Würzburg ist vielfältig. Dieses Jahr gab es zum Beispiel Führungen im Gemeindezentrum Schalom Europa, dem Fastnachtsmuseum in Kitzingen oder dem Kloster Oberzell. So sollen ältere Menschen möglichst lange am kulturellen und sozialen Leben teilnehmen. Das heutige Ziel, das Papiertheater in Kitzingen, ist etwas ganz Besonderes. Künstlerin Gabriele Brunsch begrüßt ihr Publikum. Herzlich willkommen im Papiertheater Kitzingen. Papiertheater, hei, was ist denn das? Es hat mit Marionetten gar nichts zu tun, mit Schattentheater auch nicht. Ja, es ist ganz was anderes. Das Publikum erwartet ein modernes Märchen über künstliche Intelligenz, Raumfahrt und Lichtgeschwindigkeit. Die Geschichte spielt im fernen Japan und handelt vom kleinen Takio. Er macht jeden Tag von jedem neuen, unbekannten Tier ein Foto mit seinem Handy. Halt, bleib stehen, ruft er aufgeregt. Da ist ein Käfer, wohl der allergrößte Käfer, den er jemals hier angetroffen hat. Takios Geschichte führt die Zuschauerinnen und Zuschauer in eine Fantasiewelt, in der Roboter sprechen können. Dort gibt es ein Raumfahrtzentrum, in dem seine Eltern eine Raumsonde startklar machen. Was dann passiert, stellt Zeit und Raum auf den Kopf. Gabriele Brunsch hat es Spaß gemacht, für die Seniorinnen und Senioren zu spielen. Es war sehr angenehm. Also waren alle freundlich und gut gestimmt und sehr interessiert auch. Und es war eine schöne Aufführung. Und es hat mich gefreut. Alle haben sehr wild geklatscht. Und es war schön. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind begeistert. Das sind Dinge, die ich so in dieser Weise ja nicht gekannt habe. Man erlebt Marionettenteater, Puppentheater, was auch immer. Man sieht Schattentheater. Und dieses ist halt was ganz Besonderes gewesen. Und ich würde es also wirklich jedem raten, sich das mal anzuschauen, was so toll war. Ich werde meine halbe Familie da hinschleppen jedenfalls, da bin ich sicher. Im Matthias-Ehrenfried-Haus plant ein ehrenamtliches Team einmal im Monat die Ausflüge. Bei der Auswahl der Ziele gibt es einiges zu beachten. Barrierefreiheit ist das A und O. Wir können nur in einem bestimmten Radius fahren, sagen wir mal so 60 Kilometer. Unsere Busse sind leider von der Federung, von der Polzerung nicht mehr so gut. Also wenn wir länger fahren, wird es schon gejammert, dass das Kreuz wehtut. Also eine halbe Stunde Fahrt. Wer bei einem Ausflug dabei ist, entscheidet der Wohnort. So geht die Abholung schnell und es bleibt mehr Zeit für den Ausflug. Genauso wichtig für die Aktion sind die weiteren ehrenamtlichen Begleiterinnen und Busfahrer. Hier trifft sich das gesamte Team. In Kitzingen sitzt die Reisegruppe gerade im Café. Denn nach dem kulturellen Teil des Ausflugs fehlt noch der gesellige Teil. Bei Kaffee und Kuchen sitzen die Seniorinnen und Senioren zusammen und freuen sich über ihren Ausflug. Ich bin dankbar darum, dass ich mal wieder unter Leuten bin. Und meine Frau ist vor eineinhalb Jahren verstorben. Und da ist man dann sowieso sehr oft allein. Und da ist man recht froh drum, wenn man da eine Abwechslung hat. Du kommst raus aus dem gewohnten Alter. Dann lernst du viele Leute kennen, weil es sind ja immer wieder andere dabei. Und wie gesagt, es sind alle auch die, die uns behilflich sind. Die sind so nett und so vorkommend. Also man fühlt sich richtig wohl. Wo und wann die nächste schöne Zeit stattfindet, ist eine Überraschung für die Seniorinnen und Senioren. Aber die eine oder der andere sind bestimmt gerne wieder dabei. Und die columnen werden. Vielen Dank.